Unsere Stärke hier in der IFAB ist, dass wir wirklich den ganzen Produktionsprozess anbieten können. Wir können es den Kunden einfach sehr attraktiv machen, indem er bei uns in jedem Bestellschritt ein- und aussteigen kann. Wir haben auf der einen Seite die Standardfertigung, wo wir wirklich Produkte immer wieder im gleichen Modus bauen, aber auch auf der anderen Seite können wir wirklich individuelle Lösungen für jeden Anwender finden. Wir sind hier drei Teams, einmal das Team Thermoduroplast, mein Team, dann das Team Silikon und auch das Team Catcam. Die Produktvielfalt bei uns ist ein Megavorteil, dass wir wirklich von Kopf bis Fuß bei uns alles fräsen können oder drucken können. Bei uns haben wir zwei Fünfachs-Fräsmaschinen und zwei Siebenachs-Roboter. Das zweite Großverfahren ist der 3D-Druck. Die Vorteile sind auf jeden Fall im 3D-Druck, dass man dort wirklich die feinsten Strukturen mitdrucken kann. In der Servicefertigung ist es immer eine Gradlinie zwischen dem klassischen Handwerk, aber auch moderner Technologie auf der anderen Seite. Mein Team fertigt hier thermoplastische Hilfsmittel genauso wie die duroplastischen Hilfsmittel aus Carbon- und Faserverbundwerkstoffen. Mein Team fertigt Prothesen aus Silikon und Orthesen aus Silikon an. Bei einer Herstellung von einer hochindividuellen Prothese ist gerade der letzte Schritt der spannendste Schritt, weil man da die Details ausarbeitet. Man arbeitet Falten rein, man arbeitet Pigmentflecke rein, Haare. Das Handwerk plus Kreativität bringt die perfekte Mischung bei uns. Uns liegt es an Herzen, gute Qualität zu liefern zu wirklich verbindlichen Lieferzeiten. Ich glaube, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir bei uns von Angebotserstellung bis zur kompletten Lieferung alles aus eigener Hand machen. Der größte Vorteil für unsere Kunden ist, dass der Kunde sich auf die Versorgung des Anwenders konzentrieren kann und wir die Fertigung für unsere Kunden übernehmen.